Moinsinn! Heute kommt mal wieder ein neues Video für euch und es dreht sich alles um ACC. Denn wir hatten einen Zuschauer nämlich eine Frage gestellt vor zwei Tagen, die ich sehr interessant fand. Und er fragte mich, welche Applikation benutzt du eigentlich, wenn du ACC spielst oder ACC startest? Und das würde ich dir gerne in diesem Video zeigen. Also, Intro und... Ich benutze ja nun an meinem Racing-PC ein Loop-Deck. Und auf meinem Loop-Deck habe ich ein Makro gemacht. Und das sieht wie folgt aus. Auf diesem Makro befindet sich nun einiges mittlerweile. Denn ich starte nicht nur eine Applikation. Ich starte Crew Chief. Ich starte meine Simucube-Software. Ich starte mein RaceLabs. Ich starte mein LFM-Tool. Ich starte RealHeadMotion. Und ich starte SRWE. Und jetzt möchte ich dir gerne alle diese Programme kurz mal vorstellen und dir einen Überblick geben. Und dafür schließen wir die Applikation und drücken mal das Makro. Und da passiert folgendes. Nämlich alles. Alles öffnet sich in einem Zug. Und ich würde gerne anfangen mit Crew Chief. Und das würde ich dir ganz kurz mal zeigen. Crew Chief ist diese Applikation, die dir währenddessen du fährst mehr Informationen bietet als der eigentliche Spotter, den du ingame von ACC hast. Hier musst du nicht wirklich viele Sachen einstellen. Ich persönlich habe jetzt hier für mich meinen Sound eingestellt. Also welche Line dafür benutzt wird, weil ich habe das ja ein bisschen aufgeschlüsselt bei mir. Und dann kannst du hier deine Soundpacks aktualisieren. Und dann kannst du hier gerne nochmal ein bisschen durchgehen. Ich mache das mal kurz etwas größer. Das geht gar nicht größer, fällt mir gerade auf. Dann kannst du hier durchgehen, ob du noch irgendwelche Tasten belegen möchtest. Also man kann Crew Chief auch ansprechen. Man kann ihm sagen, dass er ruhig sein soll. Also von bis. Dann kannst du hier noch deine Sprachpakete auswählen. Ich habe jetzt nur Jim standardmäßig dabei. Und du kannst in den Properties auch noch eine Menge einstellen, wie zum Beispiel, ob deine Katze auf deinen Schoß springen soll oder nicht. Aber du kannst hier halt alles einstellen, was du möchtest. Also ob er dir jetzt sagen soll, dass neben dir einer ist. Was für eine Zeit der vor dir gefahren ist und so weiter und so fort. Ich habe das alles standardmäßig angelassen, weil das für mich völlig fein war. Dann bist du mit Crew Chief eigentlich schon fertig und dann kannst du einfach den Knopf drücken. Und dann ist Crew Chief da und der redet dann mit dir. Was benutze ich noch? Packen wir das mal beiseite. Als nächstes launche ich das LFM-Tool. Das LFM-Tool ist einfach nur der Livery-Share. Also dass du dir nicht alle Liverys von allen Leuten runterladen musst. Sondern LFM hat ein Tool gebaut, was das intern verbreitet. Und du quasi dieses Tool startest und der lädt das einfach runter. Und dann bist du fertig. Dann kannst du hier, macht er auch automatisch, weil ich zeige dir das gerade. Dann kannst du das hier synken. Und dann hast du ja die Möglichkeit als Patreon, wenn du unterstützt, der bist, deine eigenen Liverys reinzumachen. Und dann lädt er die hier runter und dann kannst du auch die von den anderen Leuten sehen. Das ist das Tool. Dann benutze ich noch Real Head Motion. Das ist jetzt hier vorne. Real Head Motion hat folgende Bewandtnis. Das eigentliche Spiel hat einen sehr wackeligen Horizont. Also es entspricht jetzt nicht unbedingt dem, was du im Real Life haben würdest. Sondern du hast halt sehr, sehr viele Bewegungen drin. Und mit Real Head Motion, mit diesen Settings, bekommst du einen sehr ruhigen Horizont. Und kannst dadurch dich viel mehr auf das Fahren konzentrieren. Das heißt, das Auto bewegt sich zwar, aber nicht das Bild ständig und wackelt so extrem rum. Und wenn du dir diese Settings hier beispielsweise zulegen würdest, dann hast du ein bisschen ruhigeres Fahren. Du kannst halt hier, wenn du Real Head Motion startest, kannst du auch gleichzeitig ACC mit starten. Das heißt, wenn du die Verknüpfung von Real Head Motion ausführst, startet er auch gleich ACC mit dazu. Und diese Settings sind übrigens von Michel, Behrend. Dankeschön an der Stelle von Michel. Das sind nicht meine. Die habe ich von ihm übernommen. Wo er die her hat, weiß ich nicht. Aber Credits gehen daraus an Michel an der Stelle. Da ich ja Triple Screen fahre und ich kein Nvidia Surround habe, wie ihr hier sehen könnt. Sondern alles quasi einzelne Bildschirme sind und ACC jetzt hier beispielsweise nur auf einem Bildschirm läuft, kannst du mit Simple Runtime Window Editor, kannst du das Bild auf Vollbild machen. Das heißt, du kannst jetzt hier folgendes machen. Du wählst ACC aus. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Dann kannst du das hier anmachen und dann kannst du das Ganze auf den ganzen Bildschirm zehren. Und dann brauchst du kein Nvidia Surround oder andere Programme, wie zum Beispiel Affinity bei AMD. Um dir das jetzt nochmal ganz kurz zu erklären. Simple Runtime Window ist halt eine Applikation, die Fenstermodus-Applikationen auf verschiedenste Fenster ziehen kann. Und dazu musst du hier einfach nur ACC auswählen, dass es drin ist. Ich habe jetzt hier mal ein Profil gespeichert. Das würde ich dann ausführen. Und dann zieht er das Bild sozusagen auf alle drei Bildschirme. Ist jetzt nicht für alle Leute relevant. Für Triple Screen Menschen könnte das schon relevant sein. Da müsst ihr aber dafür in ACC etwas vorbereiten. Und zwar müsst ihr in Video reingehen. Da müsst ihr den Fullscreen disablen. Dann nehmt ihr die Auflösung eures Monitors, also die normale, nicht die Triple Screen Auflösung. Und dann machst du den Triple Screen an. Und dann kannst du ganz einfach über dieses Tool ACC auf alle drei Bildschirme packen. Dazu musst du in eine Config Datei gehen. In dieser Config Datei findest du folgende Werte. Und zwar gibst du diese Werte hier an, wenn du 1440p hast. Ich habe die Config Datei mir von Den Suzuki besorgt. Denn der hatte damals die Werte schon eingegeben. Und ich musste dann nicht großartig rumfummeln oder irgendwas einstellen. Diese Datei musst du nicht unbedingt erstellen. Das kannst du auch einfach hier oben. Wenn du dabei bist, kannst du dir hier einfach eingeben, diese Werte. Und dann kannst du hier dann dieses Profil speichern und es ausführen. Und dann zieht er das breit. Ich werde dir in der Videobeschreibung nochmal den Link dazu reinpacken, zu dem Video von Den Suzuki. Denn der hat das dort sehr schön erklärt. Für sowohl iRacing als auch für ACC und auch für andere Applikationen. Ich benutze das mittlerweile auch schon bei Eurotrack Simulator. Das ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert trotzdem. Jetzt hat der eine oder andere wahrscheinlich noch eine Frage. Dessi, warum startest du eigentlich deinen Treiber? Aus dem ganz einfachen Grund, weil genau das hier passiert. Wenn ich meinen Rechner anmache, sitze ich meistens nicht sofort hier drin. Und da ist es bei mir nun leider so, dass vorher, also früher, heute nicht mehr, mein Torque die ganze Zeit aus war. Das heißt, der High-Torque-Modus gibt dir halt die volle Bandbreite des Motors. Das sind 25 Newtonmeter. Und wenn du jetzt den Torque-Modus nicht an hast, ist das Lenkrad einfach flabby. Und da ist kein Force-Feedback drin. Aufgrund dieser Tatsache habe ich damals den Treiber mitgestartet und habe dann immer Re-Enable Torque gedrückt. Dann piept es kurz und dann ist der Torque wieder an und dein Lenkrad ist wieder einsatzbereit. Früher ging das nicht, warum auch immer, weiß ich nicht genau. Aber mittlerweile kann ich auch einfach meinen Notausschalter an und aus machen. Der ist hier an der Seite links. Den kann ich dann aktivieren. Und dann habe ich den High-Torque-Modus auch wieder. So. Und das sind alle Applikationen, die ich starte. Jetzt könnte man sich natürlich sagen, puh, das ist schon ganz schön nervig. Und da gebe ich euch auch recht. Das ist wirklich mittlerweile sehr viel Zeug, was man startet. Also schon für den Triple Screen. Dann möchtest du die Liverys in LFM sehen. Dann möchtest du Real Head Motion starten, damit dein Auto nicht die ganze Zeit so rumflabbert wie ein Kaputter. Dann möchtest du Crew Chief haben, weil es einfach irgendwie ein coolerer Spotter ist. Dann hast du noch SimHub dazu. Wobei SimHub mit Windows automatisch gestartet wird, weil du ganz viele Geräte hier hast. Es ist ein Fluch und ein Segen. SimRacing auf dem Computer ist ein Segen, weil du alles customisen kannst. Du kannst so unendlich viel customisen. Es ist schon manchmal erschreckend, was man alles machen kann. Mit verschiedensten Geräten, mit verschiedensten Anzeigen. Du kannst das Ganze vor das Feedback deiner Wheelbase ändern, wenn du beispielsweise Applikationen dafür installierst. Ich habe mich wirklich dazu entschieden, die essentiellsten zu nehmen. Ich finde, Crew Chief ist einfach ein sehr, sehr schönes Tool, der mehr Sachen ansagt und der Spotter einfach angenehmer ist. Und man auch Informationen darüber kriegt, was für Zeiten die Leute vorne fahren. Oder wenn mal jemand eine schnellere Runde gefahren ist etc. Real-Eight-Motion ist für mich ein absolutes Pflichtprogramm. Also ich bin früher auch ohne gefahren. Und es war immer ein sehr nervöses Fahren. Und das Auto hat wirklich sehr viel Bewegung gehabt. Und war leider nicht am Horizont so ruhig, weil man gerade über Curbs fährt etc. pp. Kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Und der Rest ist eigentlich optional, je nachdem, wie du da halt drauf bist. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Man kann sich auch eine BAT-Datei schreiben. Und da mit dieser BAT-Datei könnte man theoretisch auch alles ausführen. Also wenn du jetzt beispielsweise kein Stream Deck hast oder ein Loop Deck, kannst du das auch über eine BAT-Datei regeln. Da kann man auch mehrere Applikationen mit einem Doppelklick starten. Das würde das für dich vielleicht auch einfacher machen. Ansonsten beim Stream Deck ist das eine Multi-Aktion. Dort kannst du dann alle Programme reinladen. Das ist natürlich ein bisschen simpler, weil es eine Oberfläche ist und man nicht unbedingt Code schreiben muss. Und beim Loop Deck ist es halt auch einfach eine Automation. Falls du mehr wissen möchtest zu irgendwelchen anderen Sachen, die ich an meinem Streaming-PC benutze, warum ich sie benutze und wie ich sie benutze, lass mich das doch gerne einfach mal wissen. Und schöne Grüße gehen raus an den jungen Mann, der einfach im Stream gefragt hat, weil das eine tolle Video-Idee ist. Und ich denke, dass das den einen oder anderen eventuell interessiert hat und könnte. Also schreib doch mal einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Lass ein Abo da. Schieb nochmal ein Däumchen hinterher. Mach die Glocke an. Und dann sage ich Dankeschön. Wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis den Dancen. Lass es dir gut gehen. Untertitelung. BR 2018